Heute als Gast im SoTALK ist ein richtiger Networker. Einer, der überall ein bisschen einen Fuss in den Türen hat und sich in der Region Solodun bestens auskennt. Das ist natürlich auch gut so. Schliesslich ist er Präsident des VSEG vom Verband der Soloduner Einwohnergemeinden. Herzlich willkommen, Roger Siegenthaler. Merci. Merci für den Besuch hier bei uns im SoTALK. Vielleicht können wir am Anfang geschwind klären, in ein, zwei Sätze, was heisst eigentlich, dass der VSEG was macht? Also, die Abkürzung ist mal verbannt Soloduner Einwohnergemeinden. Wir sind noch 107 Einwohnergemeinden. Und der VSEG, der Verband, tut eigentlich die Interessen von allen 107 Gemeinden gegenüber dem Kanton vertreten. Ganz kurz zusammengefasst. Genau, das ist schon tipptopp, genau. Ich will da nicht lange ausholen. Wir gehen noch breiter und tiefer auf das Thema ein. Man sieht das Logo. Genau, die Interessensvertretung, die sieht man auch schnell, wenn man auf die Webseite geht und sich dort rumschaut. Ich habe so zwei Statements herausgepickt von dort. Wir sehen einerseits, der VSEG wartet und stärkt im Verbund seiner Mitglieder das Selbstbewusstsein von Gemeindebehörden, die Solidarität und die Gemeindeautonomie. Und andererseits nachher auch unten. Der VSEG tritt konsequent kooperativ auf. Er sucht als kritischer Partner des Kantons. Nach konstruktiven Lösungen behält sich aber bei unhaltbaren Entscheiden alle politischen und rechtlichen Schritte vor. Das klingt so etwas wie, der VSEG ist ein kleiner Anwalt für die Gemeinde, die es auch schützt, je nachdem, gegen unvorteilhafte Entscheide vom Kanton. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Anwalt sind wir sicher nicht, aber wir natürlich die Interessen gegenüber dem Kanton schon hart und fair vertreten. Das ist klar. Und konsequent, wie es auch hier heisst. Und wir sind natürlich auch sehr kooperativ. Das stimmt auch sehr. Klar, das ist auch gut. Ein anderer Faktor wurde im zweiten Teil etwas angesprochen. Es geht wirklich auch um die Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen Gemeinden, in diesem Verbund, um die Koordination von gewissen Aufgaben oder Anliegen von verschiedenen Gemeinden, also sei es, ob es darum geht, Infrastruktur umzusetzen, dass man schaut, wo gibt es Synergien, wo kann man sich finden als Verbund. Und daran schliesst eigentlich eine weitere Aufgabe von dir an, und zwar als Präsident der Reppla, der Regionalplanung Espas Solodurn. Die hat genau auch die Aufgabe, Gemeinden bei Vorhaben zu unterstützen, die es eigentlich mehr braucht als eine Gemeinde, die sie gar nicht alleine umsetzen können. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Also wenn du jetzt einen Veloweg planest, einen schnellen oder langsamen Verkehr, dann hört ja nicht einfach anfangs, und die Gemeinden haben auf. Das geht eben durchgehend, und das muss man über Regional koordinieren. Das wäre jetzt eine Aufgabe von der Reppla, zum Beispiel eine kleine. Gibt es noch andere konkrete Beispiele für die Projekte? Also das ist die Regionalplanung, wenn man Geld vom Bund will. Da kann ich nicht einfach eine Brücke bauen und sagen, lieber Bund, das ist für euch auch wichtig, dass man da durch diese Dinge fahren kann. Nein, das muss man so in ein Aggloprogramm, wo wir hier alle vier Jahre sein müssen. Alle Projekte in der Region müssen wir sammeln, qualitativ aufarbeiten. Das gibt ein dickes Buch. Das muss man dann dem Bund schicken. Der segnet das dann ab. Das ist gut. Da kann man bis 40 Prozent aus diesen grossen Dopp, die in Bern bereitstehen, kann man dann dann Geld abholen. Wir haben schon bis das Projekt gesamthaft in der Region 30 Millionen und dann haben wir 40 Prozent vom Bund bekommen. Der Rest muss sich den Kantonen und Gemeinden teilen. Darum braucht es nachher diese überregionale Planung. Sonst gibt es kein Geld. Also es muss in diesen Dingen eine Brücke werden. Man soll zu Chwil und zu Übungen Ja dazu sagen und sonst gibt es nichts. Darum eine Reppla-Planung. Man sieht aber, da geht es schnell um grosse Beträge. 40 Prozent von so einem Projekt ist viel Geld. Also eine sehr wichtige Aufgabe für die Gemeinden. dass man das bündelt und dann dann Geld abholen kann. Ja, das ist klar. Und man muss einfach auch sehen, dass die Gemeinden gewisse vollamtliche Bauverwalter haben. 100 Prozent Gemeinspräsidien. Aber die meisten anderen Gemeinden in unserer Region sind eben auch nebenamtlich geführt. Zu oben. Vielleicht ein Samstag-Sunday manchmal. Darum braucht das eine starke Organisation in Reppla, die alle Gemeinden gleich bedient. Dann würde Elvis gar nicht Kapazität haben, um hier alles auszuarbeiten. Genau. Was ist jetzt genau der grosse Unterschied zwischen den zwei Sachen, der Reppla, Espa Solodun und dem VSEG? Also in der Reppla geht es rein, kann man sagen, technische Sachen, eben Verkehrsplanung, Raumplanung. Ein Teil, die man noch ein bisschen Kultur unterstützt, was zwar nicht in unserem Statut drin steht, aber es gibt halt schon etwa noch der eine oder andere. Die Region Wasseramt sehen, nachher können wir uns nicht helfen. Oder wir haben im Buchiberg mit dem Slow-Up. Und dann tut man halt aus der Region den Slow-Up ganz klein ein kleiner Teil, Kultur oder Sport. Aber sonst ist es rein technisch. Der VSEG, eben der Verband von allen Einwohner Gemeinden, wir haben natürlich Leistungsfelder der Gemeinden, das wäre das Alter. Also wir haben gegen 50 Altersheime, die der Gemeinden gehören. Das ist Spitex, das ist auch ein Leistungsfeld. Die Schule ist ein Leistungsfeld. Und da kann ja nicht jede Gemeinde haben. Das ist eine Vorgabe. Und dann muss man mit dem Departement zusammen aushandeln, aber die Leistungsfelder sind die Gemeinde ihre Aufgabe. Und wenn man so ein Budget anschaut, wird jetzt wieder eine Budget-Sitzung Land auf Land ab. Dann geht man und schaut. Und zwei Drittel von jedem Budget, von jeder Gemeinde ist Soziales und Bildung. Und da ist es ganz wichtig, dass man das im Griff hat. Und das wieder bei den ganzen Kantonen, alle Gemeinden, die das kämpfen, kann man jetzt mal sagen. Es ist nicht immer ein Kampf gegen den Kantonen. Aber die Meinungen gehen schon zwischen den Voneinander, in welcher Qualität will man etwas anbieten. Könnte das Beispiel sein, dass nicht jede Gemeinde sein eigenes Schulhaus muss haben, sagen wir jetzt ab Mittelstufe, sondern dass man dort zusammenleidet? Ist das alles ein Problem? Ja, das ist schon wieder ein regionales Problem. Aber das Beispiel kann sein, wie gross müssen jetzt die Schulklassen sein? Denn Primarschulen zahlen Gemeinden. Das ist unser Leistungsfeld. Und der Kanton mit dem DBK macht Vorgaben. Und da ist ja schon immer die Frage jetzt, wer bezahlt, befüllt. Und bis dahin machen wir mit und wo nicht. Aber da findet man sich das schon. Jetzt haben wir eigentlich die beiden Aufgaben schon ein wenig vorgestellt. Der Repa macht aber noch etwas anderes. Die unterstützt nicht nur Gemeinden. Sie bittet manchmal auch Gemeinden zur Kasse im Sinne einer überregionalen Finanzierung für Institutionen, die von allen genutzt werden. Wir haben hier zum Beispiel das Bild vom Koffmau. Das ist, glaube ich, fünf, sechs Jahre. Ja, wir sehen es schon, 15. Das war das, wo wir der Kulturfabrik Koffmau einen Unterstützungsbeitrag für über 100'000 Franken geben können. Der kam von diesen Gemeinden. Ja, der kommt alle Jahre. Das ist ein Frankenbeitrag. Franken 50, glaube ich. Von jedem Einwohner aus dem Repla-Gebiet. Das ist Wasseramt, Bucheberg, Leberberg. Ohne die Stadtkränke. Die ist nicht dabei. Und das Koffmau ist die einzige Institution, die wir in der Stadt Ute, also wo man an der Delegiertenversammlung abgestimmt hat. Und die kommen dann alle Jahre über. Und zwar ist es eigentlich für die ganze Sicherheit um das ganze Koffmau, wo man will. Koffmau hat man dann entschieden, dass sie schon dort, wo die regionale Jugend hergeht, also aus dem Buchiwerk, wo ich jetzt herkomme, geht man auch ins Koffmau. Darum gibt es kein Zweites Koffmau. Darum hat man gesagt, das unterstützen wir. Das ist ja so gesehen. Das ist auch wieder ein Angebot im Sinne von, das kommt allen zu gut. Genau. Den unterstützt man auch gerne. Genau, genau. Wenn man es aus dem ersten Blick sieht oder gehört, dann hat man das Gefühl, das scheint ein wenig paradox. wenn sich jemand um die Anliegen der Gemeinden kümmert und versucht, sie zu stärken und dann geht Geld einsammeln für Dinge, die in dieser Gemeinde sind. Es hat aber nichts damit zu tun, dass man hier eine Art wie Robin Hood gegen Sheriff ausspielt. Gar nicht. Es gibt natürlich immer wieder Gemeinden, die das nicht mehr zahlen wollen. Ich bin jetzt ein Kulturmensch im Sinne, ich mache Musik. Und dann gibt es Leute, die nur Sport unterstützen. Und dann müssen wir auf der einen Seite den Sport ein wenig mit regionalen Geld unterstützen. Was wir zum Beispiel jetzt im Sportcentrum mit der Einschauen machen. Dort haben wir auch das Geld einsammeln. Es gibt drei, vier hunderttausend Franken aus der Region für die Einschauen. Dafür kann man sich auch hunderttausend Franken für das Koffmau leisten. Da ist sie eigentlich alle ein wenig zufrieden. Es geht auch dort wieder um einen Ausgleich. Aber die Repla, das ist nicht die Hauptaufgabe von der Repla. Das ist eben Planung. Das ist das Ziel. Nebst dieser Funktion beim VSEG bist du auch selber Gemeinspräsident von Luther-Koffer Ichterswill. Bist du über das Amt in diese Funktion hineingerutscht in dieses VSEG? Ist das eine Voraussetzung oder wie ist das zustande gekommen? Also der VSEG hat 25 Vorstandsmitglieder. Also von diesen 107 sind 25 im Vorstand. Jeder Bezirk, früher haben wir aber nur mit Bezirken gehandelt, jetzt sind sie noch am Teil. Jeder Bezirk hat zwei Mitglieder, die er in diesen Vorstand entzenden muss. Wir haben also zehn Bezirken im Kanton Saladon, mal zwei gibt es 20. Da ist der Präsident noch, meine Wenigkeit, und jetzt zwei Vizepräsidenten. Eines ist der Stadtpräsident von Grenken, das andere ist der Stadtpräsident von Olten. und nachher ist noch die Bürgergemeinde hat noch einen Sitz. Und der Einwohnergemeinsverband, die Angestellte, die haben auch noch ein Vorstandsmitglied 25. Also man muss von seinem Bezirk aus delegiert werden in diesen Vorstand. Also zuerst muss ich Gemeinspräsidentin sein oder Gemeinspräsidentin, und dann muss die Bezirke, wo du wohnst, also in meinem Fall jetzt Bögeberg, die zwei entzenden. Und das ist alles freiwillig übrigens. Also das muss niemand machen. Aber es braucht einfach Leute, die dann auch noch für oben oder zwischendurch freinnehmen bei der Arbeit und dann auch leisten im Wohlen der Gemeinden. Und in diesem Sinne auch jemand, der aus der Mitte kommt von all diesen Gemeinden, ist er auch Präsident oder Präsidentin von diesen Gemeinden? Es sind alles Gemeinspräsidenten, die dort in diesem Vorstand sind. Du hast jetzt schon gesagt, es ist freiwillig, klar, niemand muss es machen. Wird es dir entlohnt? Ja, ich habe 10'000 Franken. Im Jahr? Im Jahr, ja. Das ist einfach pauschal. Und dann auch sitze ich das Geld runter. Also wenn man reich werden möchte, das müsste man hören. Also das ist natürlich schon eine Einstellungssache, die man das Gefühl hat, das macht man auch nicht ewig zusammen. Das ist einfach zu geben. Es ist extrem interessant, das ist das, was mir gefällt. Ich war mal im Kantonsrat und im Parlament, da wird eben gevaliert und gefühlt zu viel geredet. Das ist halt so. Und als Gemeinspräsident und auch als VSA-Präsident, da kann man einfach umsetzen. Da hat man jetzt etwas im Kopf, da muss man diesen und diesen fragen, oder diese oder andere, und dann sage ich okay, und dann kann man das machen. Und das ist eben schön. Ich mache gerne. Und dann haben wir auch ein Ergebnis nachher. Und darum ist es toll eigentlich. Das Geld ist nicht so wichtig. Ja, das ist auch die Hauptmotivation. Das höre ich aus, um das zu machen. Genau. Da sieht man dann, was man gemacht hat. Das ist schön. Genau. Das war noch nicht ganz alles von deinen Ämtern und Aufgaben. Wir hatten jetzt auch einen freiwilligen Bereich. Du hast auch noch einen Job errichtet. Also ein normaler Job. Genau. Teilzeit. Sonst wäre das auch gar nicht möglich. Und zwar schaffst du ja noch bei der Regioenergie. Genau. Was ist da genau deine Funktion, deine Aufgabe? Also bevor ich zur Regioenergie gekommen bin, also ich habe auch noch eine Firma. Und ich war aber 25 Jahre in der IT. Und ich habe immer gesagt, ich mache 20 Jahre IT. Und dann habe ich 5 Jahre länger gemacht. Das ist etwas vom Verrücktesten, was es gibt, IT. Und der damalige Direktor, der Felix Sträßle, ich war mit ihm zusammen im Verwaltungsrat der Kebag. Also immer noch. Und ich habe einfach jemanden gesucht, der gut verankert ist und verknüpft in der Region. Und er hat mir gesagt, ich kenne jeden. Das ist halt so. V.a. in der Gemeinde. Und wie man an die Leute herkommt. Und ich bin nachher mal schauen, und das klappt. Also ich bin nur eine Teilzeit dort angestellt. Und es ist natürlich einfacher, wenn man irgendeine Wasserleitung bauen will. Oder irgendwo. Übrigens geht das mir am einfachsten. Weil ich habe diese Nummer an alle und kann anrufen. Aber ich habe nichts mit dem Verkauf zu tun. Das ist eigentlich noch wichtig. Weil sonst hätte ich das Problem mit meinen Ämtern, die ich habe. Also ich habe nichts verkaufen. Also von dem her. Ich würde nur noch ein Problem lösen. Jetzt kann das vielleicht sagen. Jetzt haben wir einen 15-jährigen Vertrag. Obertorf, Lommiswil, Längendorf, Pellach hatte ein 15-jähriger Vertrag. Es gab Probleme in der Wasserlieferung. Und das haben wir jetzt gelöst. Also genau diese Woche sind die Originalverträge raus und erledigt. Und das ist jetzt nur gegangen, weil ich weiss, wie eine Gemeinde funktioniert und ich habe die Wege alle kennen. Also eigentlich ein Türöffner, wenn man so sagen will. Problem lösen, sage ich. Problem lösen. Genau. Du hast eigentlich meine Frage vorweg genommen. Dadurch, dass du nicht für den Verkauf zuständig bist, stellt sich auch das Problem nicht. Auf der einen Seite zuständig für Gemeinden, versuchen, Probleme zu lösen und auf der anderen Seite Leistungen zu verkaufen. So ist es nicht. Nein. Es geht wirklich darum, Kontakte herzustellen, Lösungen aufzuzeigen und diese zu finden. Ja, die meisten Gemeinden haben jetzt das Problem Brunnenmeister zu zwingen. Das ist eine rare Geschichte. Und dann weiss man halt jetzt, sei denn die Anstraft, der es irgendwie nicht gibt, wir könnten den mal fragen, vielleicht weiss der etwas, kann es uns helfen oder weiterhelfen. Und das ist also schon... Vor allem die Gemeindenpräsidien, die nicht hundertprozentige Verwaltungen haben, die sind eigentlich dann aber froh um solche Leute, die etwas tiefer darin sehen. Eben, nebst dem, du hast es auch schon angeholt, bist du natürlich noch in zahlreichen Gremien und auch mit diesen Verwaltungsräten noch vertreten. Das kommt ein wenig auch von Amtes wegen. Von Amtes wegen, ja genau. Das ist halt, die Einwohner, sei es jetzt in der Pensionskasse, sei es eben im Sportzentrum, da ist man einfach von Amtes wegen dabei. Ich stelle mir das recht stressig vor, mit so vielen verschiedenen Aufgaben auch, wo zwar alle klein angreifen, trotzdem muss man auch immer wieder, hat man auch vielleicht andere Kontaktpersonen, hat auch einen anderen Hut auch an. Wie lange macht man so etwas? Wir haben ihn verleidet. Wir haben ihn verleidet. Es ist extrem, ich muss sagen, extrem spannend. Also ich habe wirklich Einsicht in Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. und ich bin in der Pensionskasse, Kanton Solodon. Wir haben dort, unsere Volksschullehrer sind dort in der Pensionskasse dabei. Darum haben wir zwei Sätze in der Pensionskasse und dort sieht man Sachen. Wir haben 6 Milliarden, diese Zahl, die kann man gerade schreiben, aber hat man da täglich entscheiden, also nicht täglich, aber regelmässige Entscheiden, wo man da 100 Millionen dort hat. und das als Nichtbanker ist, das ist ja schon spannend und ich habe die Verantwortung schon nicht. Also das wäre ja gerade ein bisschen, wie soll ich sagen? Belastend. Nicht belastend, aber wie kann man nur dem so viel Geld geben und man muss noch sorgen? Nein, aber ich kann mitentscheiden und kann sagen, es ist Interesse von uns Gemeinden und Interesse von dem, wo eigentlich das Pensionskassegeld da gibt. Also für die Lehrer jetzt bei uns oder die Lehrerinnen in diesem Fall. Es ist einfach spannend und das verleidet einem nicht. Also wenn es irgendjemand gleich drehen wird und sagen, das ist ja so langweilig und die anderen Ort gehen und die Sitzungen, die machen ein bisschen längere Sitzungen. Wir können es manchmal ein bisschen effizienter gestalten, aber sonst ist das Grosse und das Ganze schon spannend. Genau. Das habe ich auch nicht mehr gelesen. Du hast gesagt, dir ist das Wichtigste wirklich der persönliche Kontakt auch, eben den Austausch, das du auch spannend findest. Und ein bisschen in das Ähnliches geht auch den Ausgleich, den du dir noch gehst. Du meinst das Hobby, wenn man das Hobby nennen kann. Und zwar machst du etwas nicht Auftägliches. Du dirigierst. Einerseits bei der Harmonie Bettenkinder, die du auch sehen. Andererseits bei der Musikgesellschaft Tätigen. Auch das hat natürlich viel mit Leuten und Kontakten zu tun, denke ich. Ja, das ist natürlich das Tollste. Wenn man denkt, wenn man sich den ganzen Tag etwas einbissen hat und sich in den Säcklen gehen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie man beim Säcklen den Kopf erbringen kann, weil ich mich ja immer noch am gleichen herum studiere. Aber wenn ich jetzt vor einem Orchester stehe und etwas spielen möchte, dann hat es keinen Platz für etwas anderes. Also der erste Schlag für den ersten Ton, die Spannung, die hier aufgebaut wird und der Klang. Und das ist eigentlich alles weg im Kopf. Also die Sorgen sind weg. Und das mache ich jetzt schon 30 Jahre. Und da bin ich jetzt 25 Jahre Dirigent. Und seitdem 15 Jahre. Also wirklich. Und dort sage ich immer an den Proben, wenn ich es ist, wenn ich zweimal nach einer Probe gegangen bin und mir sage, das ist jetzt nicht mehr gut gewesen, das motiviert mich nicht und die Leute sind nicht motiviert, dann muss ich gleich hören. Aber es ist jetzt noch nie der Fall gewesen. Trotzdem auch da sehen wir wieder. Die Funktion vom Koordinieren von verschiedenen Leuten, vom Zusammenarbeiten, das zieht sich irgendwie durch. Ja, und der ganze Aufbau. Das klingt nicht mehr. Vom Noten auszuteilen bis, da kann man es selber gestalten. Am Schluss spielen sie zwar schon so weit einspielen, aber die Interpretation ist beim Dirigent. Und das ist das Coole und das Tolle. Das ist fast ein wenig ähnlich wie gemeintes Präsident. Wir können sehr viel gestalten. Genau. Ja, wenn wir jetzt bei all diesen Tätigkeiten, die eben viele persönliche Kontakte brauchen, was ja auch das Schöne ist, wenn wir jetzt zurück auf dieses Jahr, wie ist das gegangen? Hat das alles funktioniert oder haben gewisse Sachen gelitten unter dieser Covid-Pandemie, die immer noch dauert? Ja, manchmal, und ich bin ja selber auch eben Präsident, wenn nicht Bundesrat, und wenn auch vom Bundesrat wieder Sachen kommen sind, die wir für einen drange gelitten haben, unverständlich. jetzt hat man gesehen, wie gross das Bettenkind ist, und der heutige ist kleiner. Und da hat es gesagt, bis 30 Leute dürfen Musik machen. Aber es hat niemand geschrieben, wie gross der Raum muss sein. Und dann muss ich einfach sagen, die, die das rauslassen, das ist ja nicht der Bundesrat, das ist schon klar. Aber die haben sich zu wenig mit der Materie auseinandergesetzt, weil 30 Leute in einem ganz kleinen Raum und 50 in einem riesigen Raum, das ist einfach nicht das Gleiche. Und das, das hat uns allen schon ein bisschen zu belasten gegeben, den hat man lange nicht gesehen, das hat man lange alle Woche einmal gesehen und das unterbrochen hat das. Und wer eine solche Sache gehört oder eben Musik machen, wenn ich zur Kirche stehe, die mit der Mieren-Trompete kann ich die Kirche nicht ausblosen. Also ich kann dort noch so laut spielen, da kommt so wenig, das ist nicht beim Singen oder Reden, da kommt nicht so viel Aerosol aus, aber beim Musikmachen ist das unmöglich. Und das sind meistens dann auch gerne Leute, die das entscheiden, die keine Ahnung haben und das ist für uns, wo wir sagen, wir verstehen es ein bisschen besser, sind solche Entscheidungen schwierig zu verstehen. Aber wir haben es immer, das muss ich sagen, wir kennen keinen Verein, der sich nicht daran gehalten hat. Wir haben immer gesagt, andere Probleme, als wir jetzt noch der Revolution ausrufen. Also wir haben immer mitgemacht. Das ist schön. Gibt es Wünsche oder Hoffnungen auf ein nächstes Jahr? Jetzt entweder auf das bezogen oder auch wenn wir Die Hoffnung stirbt zuletzt nicht. Das ist immer, Hoffnungen gibt es ja klar. Also ich selber, auch mein Umfeld hofft natürlich, durch, dass wir wieder in einen normaleren Rhythmus reinkommen. Es sieht ja, im Moment steigt es ja alles an, aber wenn ich mich bewege, ausser die Maske, habe ich fast keine Einschränkungen im Moment. Auch die Musik, die wir immer noch machen. Das ist ja lustig. Also wenn man reinläuft, Masken wir mal an. Wenn ich abgeholt bin, darf ich sie abziehen. Gut, ich sitze gar nicht aus Dirigent. Ich sage aber, muss ich sie jetzt abhalten? Es lacht alles. Aber das ist natürlich schon die Hoffnung, dass das vorbei ist. Aber ja, man kann sich alles können und wir wissen, es wird durchgehen. Das kommt. Das ist doch ein persönlicher Abschluss. Das wissen wir alle und wir hoffen es auch möglichst bald. Ich wünsche jetzt zum ersten Mal natürlich noch einen ganz erholsamen, schönen Jahresabschluss und dann einen guten Start ins 2022. Merci vielmals. Du bist da gewesen, Roger Siegenthaler. Merci vielmals, ich bin gerne gekommen. Danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse. Wenn ihr mögt, dann gerne bis zur nächsten Sendung. So talkt auf JumTV. Geniesset euch einen Jahresabschluss und bis schon ganz bald im 2022. Ade minan.